Erdo, oh, oh, Erdo, oh, oh, erdo, oh, oh, wow, 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 mutti in türkei schöne bilder 1 2 3 mutti sagt geiles show hier im flüchtlingsstreichelzoo Zur pressefreiheit kommt von ihr nichts als rum geseiert friede freude kuchen denn sie hat der mini-sultan sperrt alle kritischen journalisten ein macht nix und ausländische reporter kriegen einreiseverbot macht nix die türkei hat offenbar landsleute in den niederlanden dazu aufgefordert alle beleidigenden äußerungen gegen staatspräsident erdogan den türkischen behörden zu melden stopp hammerzeit der erdo hat nen vogel den hat er stets dabei oh tschuldigung ich nehme zurück es sind natürlich zwei und dem wirft sie sich an den hals kritiker nehmen vergiss es sie kriegt ihm weiter in den arsch und grins dazu so ist es gegen den typen wurde wegen korruption ermittelt macht nix und er hat alle ermittler einfach gefeuert macht nix und wer in diktatorn kommt 14 monate in knast macht nix und der verklagt sogar schüler wegen beleidigung macht nix 79 80 80